Ein Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen silbernen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 155 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 45.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis